Musik Vor einer Woche begann die Vorbereitung des USV Hauskirchen auf die neue Saison. Unter der Leitung von Neo-Coach Roman Kocerowski waren auch zahlreiche Neue an Bord. So auch Goal-Geter Peter Czosak, der einiges mit dem USV vorhat. Ich bin hier, um mit dem USV Siege zu feiern und Titel zu gewinnen. Und das will ein Hauskirchen gemeinsam mit seinem Ex-Kollegen aus Kräuterler Zeiten Eriks Rudosch erreichen, der ebenfalls zum USV wechselte. Mit Paul Griesl und Markus Hörwein stehen zwei weitere Neuzugänge im Kader des USV. Vor dem Testspiel gegen Altlichtenbad bleibt also kein Stein auf dem anderen. Hamilton Die Bodense Die Bodense Die Bodense Die Bodense Die Bodense Untertitelung des ZDF, 2020